Ausruhen auf dem Erfolg, wenn es am schönsten ist. Gerade die Leute, bei denen alles gut läuft, sagen, ich brauche nichts, bei mir läuft alles top. Also dann aufhören, weiterzuentwickeln, weiterzuerschaffen. Was ist deine Einstellung dazu? Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Immolution Podcast. Heute reden wir mal über das Thema und zwar Ausruhen auf dem Erfolg, wenn es am schönsten ist. Das ist ja so eine Sache, die ich zumindest sehr oft beobachte. Du wahrscheinlich auch. Dass immer dann die falschen Entscheidungen getroffen werden und das sind dann auch meistens die Entscheidungen, die die größten negativen Auswirkungen haben, wenn es eigentlich gut läuft. Ich erkenne es natürlich auch bei unseren Vertriebsprozessen immer wieder. Also in den Gesprächen, die unsere Mitarbeiter führen oder unser Team, unser Vertriebsteam führt, dass dann gerade die Leute, bei denen alles gut läuft, sagen, hey, ich brauche nichts, bei mir läuft alles top, bla, 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 bla. Also dann aufhören, weiterzuentwickeln, weiterzuerschaffen. Was ist deine Einstellung dazu? Naja, also zuallererst mal ist die Situation, es gibt ja unterschiedliche Phasen, die gibt es ja immer. Es gibt die Gefahr, oder also generell, wenn etwas nicht funktioniert, ist man natürlich ganz anders eingestellt. Dann ist man ein bisschen nervöser. Man merkt, die Schlinge zieht sich ein bisschen mehr um den Hals zu. Und automatisch hat man so eine andere Bereitschaft, was zu machen. Und wenn es besonders gut läuft, dann ist in den meisten, also man muss unterscheiden zwischen, es läuft normal, da kann ich teilweise sogar verstehen, dass man erst mal dafür sorgt, dass es einfach so weiterläuft, wie es ist. Dass man nicht viel ändert. Und das ist auch richtig, dass man dann nicht viel ändern sollte. Wo man aber generell immer offen sein muss, ist, seine Dienstleistung zu verbessern. Ja, dass man da einfach mehr macht. Und hier ist so eine Art antizyklisches Denken wichtig. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn man jetzt zum Beispiel in so einer Not ist, was machen da die meisten? Wenn man in der Not ist. Ja, aus der Not heraus Entscheidungen treffen. Sparen. Sparen, ja. Und das ist eigentlich falsch. Weil, warum bist du denn in der Not? Wahrscheinlich, weil du nicht investiert hast. Genau. Weil du eben nichts tust. Ja. Oder weil du nichts getan hast davor. Also musst du ja im Prinzip in der Not, klar musst du sparsam sein. Das ist vollkommen logisch. Nur du musst ja in der Not was bewegen. Also das heißt, du musst genau in der Not zum Beispiel Geld für Werbung ausgeben. Dich bekannt machen. Party machen. Action. Feuer. So, wenn du jetzt aber in so einer Phase bist, wo es richtig gut läuft, was musst du denn da tun? Da musst du, genau da musst du sparen. Da, wo alle Leute im Prinzip die Kohle rausballern, bis der Arzt kommt, sich die dicken Karren kaufen und so weiter. Genau da musst du im Prinzip sparen. Ja, genau da musst du im Prinzip dafür sorgen. Sparen heißt aber natürlich jetzt nicht aufhören, weiter zu investieren. Ja, Moment. Sparen heißt, also zum Beispiel, sorg dafür, dass du halt keine offenen Rechnungen hast. Sorg dafür, dass du vielleicht auch mal tatsächlich was ablöst, ja, wo du vielleicht irgendwas, noch offen, offenes Ticket oder sowas hast, dass du die Sachen los wirst. Dass die Sachen vom Tisch kommen, wenn es dir gut geht. Dass du da wirklich raushaust das Zeug. Und natürlich jetzt dafür sorgst, dass du die Aktionen, die dahin geführt haben, dass es geil läuft, dass du die verstärkst, dass du da noch mehr Power drauf gibst, dass du da noch mehr Gas gibst. Weil den Zustand, den ja die wenigsten haben, ist, wo einen nichts mehr umhaut. Ja. Also wo du unter einem bestimmten Punkt nicht mehr drunter gehst. Mhm. Ja, aber also, sagen wir mal, bei einem Makler vielleicht so, was, denke ich, ein sehr erstrebenswertes Ziel ist, 100.000 Euro im Monat. Ja. Ja. Jeden Monat, aber eher nicht einmal, sondern jeden Monat. Das heißt, wenn du den jetzt einen Monat hast und im nächsten Monat hast du dann gar nichts und dann hast du wieder und dann hast du wieder gar nichts, was ist das denn? Das ist ja eigentlich nichts anderes, wie wenn du einmal gut gelaunt bist und am anderen Tag bist du schlecht gelaunt. Dann bist du wieder gut gelaunt, dann bist du wieder schlecht gelaunt. Dann bist du wieder gut gelaunt, dann bist du eigentlich ein Rollercoaster. Rauf und runter. Ja. Das ist ja scheiße, das ist ja nichts. So, jetzt kannst du dich natürlich ergötzen an den 100.000, die du alle zwei Monate oder alle drei Monate mal machst. Beruhigst dich damit, ja, ist ja gar kein Problem, weil wenn ich die ja habe, dann habe ich ja wieder Ruhe. Aber das hat ja mit Unternehmertum nichts zu tun. Ja. Das macht ja keinen Sinn. Also sorgst du natürlich dafür, dass du Stabilität ins Spiel reinkriegst, dass deine Company kontinuierlich sich weiterentwickelt. Ja. Und da sind wir so ein bisschen wieder beim Thema Ziele setzen. Dass du dafür sorgen musst, dass wenn du in so einer Phase bist, auf Spannung bleibst. Ja, genau das ist das, was ich eingangs meinte. Ich merke halt immer wieder, dass die Leute genau das nicht tun, eben auf Spannung zu bleiben. Nee, absolut nicht. Dass die Leute eben keine Ziele haben, sondern diese Zufriedenheit, dieses Ausruhen auf dem, was ist. Das Beste ist, das Beste ist, das ist wirklich das Allerlustigste. Da lache ich mich immer wirklich kaputt, weil ich nicht verstehen kann und ich sage es jetzt einfach mal, wie dumm man sein kann. Für mich ist das total dumm. folgende Situation. Eine Person XY macht einen Termin bei uns. Okay, also ist in dem Prozess, sich weiterentwickeln zu wollen, etwas zu verändern. Okay. Macht einen Termin. Jetzt kommt ein Auftrag. Okay. Ein Verkäufer will mit dieser Person verkaufen. Die Person schreibt uns eine E-Mail. Ich will diesen Termin absagen, weil ich habe einen Auftrag. Okay. Sehr spannend. Verstehst du, was ich meine? Was sagst du dazu? Weil das ist ja lachhaft. Das ist ja total lächerlich. Dass eine Person hat einen Auftrag oder zwei oder drei, ist ja scheißegal. Und deshalb sieht sie nicht mehr die Notwendigkeit dafür, am Business weiterzuarbeiten, also am Geschäft global weiterzuarbeiten. Ja, das ist ja das Lösen von kurzfristigen Problemen. Die Leute haben oder generell haben irgendein Problem und versuchen dann eine Lösung dafür zu finden. Und dann kommt, das ist ja eigentlich nichts anderes wie eine Tafel Schokolade am Abend. Mir geht es schlecht und dann haue ich mir eine Tafel Schokolade rein, dann geht es mir wieder gut. Ich habe Kopfschmerzen und ballere mir die Ibo rein und habe halt dann für, weiß ich nicht, fünf Stunden keine Kopfschmerzen mehr, anstatt zu hinterfragen, warum sind die Kopfschmerzen überhaupt da? Trinke ich vielleicht zu wenig Wasser? Nimm ich keine Vitamine zu mir? Oder was weiß ich. Genau. Und ich sage ja nochmal, das Ding einfach ist, die Menschen wollen oder erkennen nicht die wirklichen Gründe für das Problem, also das Problem hinter dem Problem. Da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, das ist immer wieder dasselbe. Das heißt, egal ob das jetzt Akquise ist, egal ob das Einkauf ist, egal ob das Verkauf ist, egal ob das Mitarbeiter einstellen, das ist immer dasselbe. Damit sind wir wieder bei dem Thema Ziele. Das Ziel ist, sagen wir mal, ein Unternehmen aufzubauen, was langfristig lebt, überlebt, wächst und gedeiht sozusagen. Das ist das Ding. Der Punkt ist aber, wie bereit ist, der Einzelne Opfer zu bringen? Also das Opfer kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Das Opfer kann ja aussehen, früh aufstehen. Das Opfer kann sein, sich vernünftig zu ernähren. Das Opfer kann aber genauso gut sein, zu lernen. Also sich neu zu entwickeln, neue Dinge zu lernen, ja. Ich würde es gar nicht sagen neu, sondern mal richtig zu lernen. Lass uns doch mal das Wort neu wegnehmen. Das Wissen auf diesem Planeten ist so gigantisch, ist so groß, dass aber trotzdem die meisten immer nur so Frühstückswissen sich reinziehen. Also nur die Oberfläche haben, aber nicht den Tiefgang. Genau. Das löst halt mal so ein paar Dinge und dann ist es mal wieder gut. Da sind wir ja wieder bei dem Thema, warum geht es denn vielen Menschen mal gut und mal schlecht? Ich gebe mal ein Beispiel. Ich beobachte einen Makler, der ist bis unter die Hutkrempel voll mit Arbeit, aber wirklich so voll. Stellt eine Person ein und macht aber trotzdem die Arbeit, die die Person eigentlich machen soll, mit. Also sie ist zum Beispiel nicht in der Lage, Arbeit abzugeben oder zu delegieren oder sonst irgendwas. So, anstatt das mal zu lernen jetzt. Und was passiert? Automatisch geht die Person wieder zurück, weil sie nicht die Bereitschaft hat, wirklich zu lernen, eine Führungskraft zu werden. Also geht sie wieder zurück zu dem Ausgangspunkt, weil das, was die Person kann, und ich sage es immer wieder, das kann man eigentlich in der Dauerschleife abspielen, das Thema. Wir Menschen hassen Dinge, die wir nicht können. Ja. Und die stören uns und die gehen uns auf den Sack. Und zwar brutal. Dinge, die wir nicht können, wollen wir nicht. Ja. Das ist einfach krass. So, das heißt also, in dem Moment bleiben wir natürlich bei den Dingen, die wir so genüssen. Die wir denken zu können, meistens auch. Ja, also das ist ja logisch erst mal, dass man immer denkt. Also zumindest mal das, was einem einigermaßen gut gelingt. Ja, so. Ja. Und das ist halt das Hauptproblem. Also bleibt man natürlich immer in diesem Zyklus, wie zum Beispiel jetzt beim Makler, Einzelkämpfer zu sein, Akquise, Einkauf und Verkauf. So, aber wie bist du denn da hingekommen, Akquise, Einkauf und Verkauf? Irgendwann warst du ja auch da mal in der Lage oder nicht in der Lage, das so zu können, wie du es vielleicht heute beherrschst. Also ist das doch bei allen anderen Dingen genauso. Und ich behaupte sogar, ich behaupte sogar, das ist nur meine eigene Beobachtung, dass wenn ich in der Lage bin, etwas wirklich gut zu spotten, gut zu beobachten, dass ich in kürzester Zeit in der Lage bin, alles zu tun. Also nicht nur ich, sondern jeder. Wenn er das wirklich richtig gut hinguckt und ein bisschen vernünftig in der Birne ist, also nicht so total behämmert und total vernebelt, dann kann er ja, egal ob das Tennisspielen ist, ob das Einkauf ist, er muss halt einfach nur die Spielregeln in diesem einzelnen Bereich wirklich einhalten und auch erlernen. Und natürlich, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, ist tatsächlich zu erkennen, wo man Schwächen hat. Also dieses Reflektieren, sagen die einen, ich sage halt gern Konfrontieren dazu, wie man es nennt, ist es eigentlich vollkommen wurscht. Aber ich glaube, das ist eigentlich das Hauptproblem, das wirklich hinzugucken und zu sagen, verdammte Scheiße, da bin ich nicht gut. Das kann ich, das kriege ich irgendwie nicht gebacken. Völlig wurscht, was das ist. Das ist die große, große Kunst. Und das gehört, finde ich, das mag kontrovers sein, aber das finde ich halt schon enorm wichtig, wenn man vorankommen will im Leben, hinzuschauen und zu sagen, okay, das funktioniert noch nicht und da fängt es ja schon an. Wo bin ich denn überhaupt bereit, hinzuschauen, was nicht funktioniert? Weil die meisten sagen halt, ja, ich habe genug Geld auf dem Konto, ist doch super. Oder auch nicht auf dem Konto. Wir haben es jetzt gerade, heute habe ich es wieder gesehen, an einem Beispiel, wo ein Kunde uns in der WhatsApp-Gruppe schreibt, da ist ein Objekt seit, ich glaube, 2022 auf dem Markt mit mittlerweile 200.000 oder 300.000 Euro weniger Kaufpreis. 200.000. Das ist ja schon unglaublich krass. Es waren insgesamt, glaube ich, fünf Preissenkungen. Und ich bin mir fast sicher, wenn man mit dieser Person sprechen würde, die würde es gar nicht checken. Nee, 0%. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie es gar nicht checkt. Also ich glaube fast sogar, man muss bei manchen Leuten so hart zuschlagen, so hart draufhauen, dass da überhaupt irgendeine Reaktion kommt. Ja. Also teilweise habe ich sogar gehört, wurde mir wirklich gesagt, voller Selbstvertrauen, dass das mit zur Strategie gehört, also dass das extra halt gemacht wird. Ja, klar. Und dass es für gut befunden wird, das zu tun. Also zu teuer einzukaufen, Preise zu senken, nachzuverhandeln. Ja, absolut, klar. Weil man es ja nicht kann. Man kann es ja nicht anders. Also die Strategie ist, es ist einfach eine Nullkönner und eine Nullkönner-Loser-Abfuckstrategie zur professionellen Geldvernichtung von Privatverkäufern. Das ist einfach, das ist so. Und das ist nichts anderes, als das ist moderne Gaunerei. Das sind Gauner, die das machen. Ganz einfach, da gibt es auch kein anderes Ding für. Wer im vollen Bewusstsein so vorgeht und im vollen Bewusstsein das zu seiner Strategie erklärt, das ist ein Gauner. Punkt. Da gibt es auch kein Wenn und kein Aber. Das ist ein Trickbetrüger. So könnten wir es auch sagen. Ja, weil er ja im Bewusstsein darüber ist, was da Sache ist. Aber wie gesagt, das ist eigentlich das Ding. Am Ende des Tages geht es darum, wirklich sich weiterzuentwickeln, seine Zustände in Ordnung zu bringen, Opfer zu bringen, immer wieder diese Bereitschaft auch zu haben, seinen, ja, in den Spiegel zu gucken. Einfach in den Spiegel zu gucken. Und ich glaube, also ich darf es sagen, weil ich genauso jemand bin, der das tut. Und das ist nicht immer lustig. Das weiß ich auch. Das kann ich jedem daraus sagen. Das ist nicht immer lustig, wenn man in den Spiegel guckt und sagt, Mensch, scheiße, da bist du echt eine Pfeife. Das kriegst du gerade nicht gebacken oder kriegst du nicht hin. Aber das ist halt einfach das Ding. Das ist das Ding. Das muss man einfach mal können. Da muss man einfach die Eier für haben, das zu tun. Weil das können halt eben viele nicht. Das stimmt. So einfach ist das. 100 Prozent. Genau. Was kannst du denn nicht? Das schaue ich mir jeden Tag und immer wieder auch im Leben an. Weil es gibt natürlich Dinge, die einem zum Beispiel geschäftlich super gelingen, aber vielleicht privat nicht. Wo man einfach merkt, oh, siehst du mal, da bist du vielleicht privat auch noch in einem Bereich, wo du einfach was verbessern kannst. oder überhaupt in Lebenssituationen, wo du sagst, da beherrsche ich das, aber da beherrsche ich das nicht. Oder wo du Wissensbereiche einfach hast, wo du einfach für dich sagen kannst, hey, du bist in, wie gesagt, in acht von zehn Dingen bist du drauf, aber eben in zwei von den zehn nicht. Und dann laufen genau diese zwei von zehn Dingen über den Weg. Und da kannst du nehmen, was du willst. Ob das jetzt ein Einwand ist bei einem Privatverkäufer, ob das eine private Situation ist, ob das ein Mitarbeiter ist, der dich an den Rand der Verzweiflung bringt, weil du einfach Fehler gemacht hast oder was auch immer. Völlig wurscht. Spielt gar keine Rolle. Der Punkt ist, ich erlebe vielleicht nicht jeden Tag, aber regelmäßig, wo ich einfach möchte, okay, da hast du noch einen Bereich, wo du etwas nicht kannst oder nicht weißt. Und ich habe heute da zu diesem Thema auch noch so ein ganz spannendes Thema, auch zum Thema Arbeit. Es ist genau das Gleiche. Es gibt einfach Leute, die haben einfach Langeweile. Die wissen einfach, die haben nicht genug Arbeit. Die haben nicht genug Arbeit oder haben zu viel Arbeit. Und die, die zu viel Arbeit haben, sind schnell in der Falle, dass sie kaputt müde und fertig sind. Und ich bin ein Typ, ich habe halt gerne lieber immer zu viel Arbeit als zu wenig. Und es gibt aber auch mit Sicherheit genug Leute da draußen, die freuen sich dem Thema, dass sie einfach zu wenig Arbeit haben. ein bisschen Langeweile schön finden. Also es gibt genug Themen, wo man sich challengen kann, wo man sich weiterentwickeln kann, wo man nach vorne kommen kann. Definitiv. Dann würde ich sagen, machen wir für heute einen Haken dran. Genau. Und ich wünsche euch was. Let's go. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020